Hallo und Herzlich Willkommen zur neuen Folge 1119 auf der Hot Online Farm. So und Abfahrer einstellen, er macht ein Stück weiter, jetzt noch ein paar Minuten noch. So mit dem haben wir ja alle Ballen mit, habe ich schon im Auftrag schon Bänden. Abgeschlossen. Nehmen wir natürlich nicht. Ich habe schon die 7.2k Auftrag offen. Ich habe schon hier gerade nicht falsch. Ja was genau. Das für Franz, weil ich das auch noch stehen lassen habe, kann ja mal vorkommen. An im Laufe der Stadt noch mehr. Im Juli der Auspitz. Im Juli der Auspitz. Kudli. So, wir haben auch das gleich geschafft. Das ist ein bisschen schwierig. B-Bahn kann man es nicht direkt nennen, denn jetzt ist seine angesetzt und fertig. In der Kategorie fehlt das. Sovon hätte ich es gedacht, dass wir mit der ganzen Straße mit dem Wenden erst mitnehmen. Sovon hätte ich es gedacht, dass wir mit dem Wenden erst mitnehmen. Da fährt man länger zurück, dass wir hier das Ding gebracht. Sovon hätte ich etwas gebraucht. Sovon hätte ich es nicht. 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 Sovon hätte ich es nicht mehr noch machen. Sovon hätte ich es nicht mehr. Sovon hätte ich es geschafft. Sovon hätte ich es dir wahrscheinlich genug. und dann erst demagieren. Erster Punkt und liegt ihm. Daraus habe ich aus Versehen und gut anschauen. Das war ja schon. Jetzt mal 9,5. Aber ich fahre halt. Ich bin schnell damit er fährt. Ich habe aber gespannt wie ich flitze geworden. Das passt noch. Das war ja nicht bekannt. Das macht da riesen Berge. Ich weiß nicht, ich habe ihn wieder genommen. Das Wasser macht draus. Da braucht er 24 Minuten. Das ist die nächste Folge noch dicker. Das ist die nächste Folge. Das ist die nächste Folge. Das ist die nächste Folge. Das sieht aus. Ich dachte aber höchstwahrscheinlich noch ein ganz von Ballenpressbrüben. Das ist die Klau die ich jetzt habe von Kuhn Lecker. Von Quereländer. Oder wie die Firma jetzt dazu kommt. Das ist die Klau die Klau die Klau die Klau die Klau die Klau. Die Klau 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 die das ist nicht gesporter, das brauche ich mit Kassen anfangen gerade werden die Ränder hier fern an, früher ist es schwer aber das lassen wir erstmal machen auf die Nase auf die Nase auf die Nase so dude aber die Nase ist eklig oder so schwer ist die normalen Streifen in diesem Bereich kommt irgendwas da muss ich schon einiges erinnern die waren doch schwer wenn ihr euch da ändern könnt bevor ich dreimal mit dem Wender drüber bin aber naja soo 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 warte zumindest wenn er die erste Runde hier von Wende schwer hee 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 Vielen Dank. So, die Wände sind wir schon mal weit vor. Wollen wir mal ein bisschen drüber. Der fährt nur stattliche 18. Da haben wir dringend tanken und die Werkstatt. Den Spaß fertig hat. Werkstatt. Gesprung. Ja, sonst versetzt die. Wir haben noch 12 Minuten. Wir haben noch ein bisschen zu machen. Ich bin mir nicht da. Kommen wir mal ein. Bord. Wir haben noch ein bisschen zu machen. Nimm mal ganz so hoch die kleine Zerbe. Lass mir das vorgewendet rein. Vier und halben Minuten. Guck mal. Wie ein Garbeil hat er ja schon mal ganz schön mit. Muss man es also anbrechen. Muss man auch mal einen Schluck trinken. Cam wieder, genial. Wahnsinn, die Faxen. Gudeli. Geh hier hinten. Ich hab die Gucke. Oh, nie. Den gepickt. Jetzt sind vielleicht zu breite Ablage vorne. Besser gewesen. Hab ich nie dran gedacht. Das ist alles. Ich hab nicht genug. Also, das ist aus dem Gebot. Ich hab nicht genug. Ich hab nicht genug. Ich hab nicht genug. Oh, die Läden, drei Minuten, da man auch, wacallis. L3 haben wir da jetzt nachher schon immer wie die Knochen weh, langsam alt aber nicht nur die Knochen, die wir im Moment annehmen, noch muss das nicht fragen Helt sie halt, ob das betrachtig ist. Jetzt wird es lustig, wir haben folgenden Teilen bekommen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, ich bin raus, tschau, fragt euer Jaso.